jo hallo hallo guten tag drei ist geschafft ja ich bin völlig platt aber wie ich heute morgen gedacht habe das fließen hat funktioniert und ich bin auch relativ weit gekommen im hintergrund sieht man so einen kellerraum würde ich sagen habe ich fertig auch das mit dem abflexen heute morgen das funktionierte relativ gut augen zu und durch und beim fließen ja ein oder andere tutorial angeguckt im internet und wenn man ein bisschen ahnung hat ein bisschen was an der kelle kann dann ist das auch kein geheimnis naja nichtsdestotrotz irgendwie der ganze körper meldet sich heute mal ich mache jetzt mal einfach feierabend trinken feierabend bier und ja wünschen haben wir sagen bis morgen früh shirio